Like a Hellcat Moin, Servus und damit Willkommen zurück zu Super Mario 64 Hier geht's rein, das ist ne besondere Welt Warum das jetzt? Dann hab ich's, yes, richtig gemacht Müsste richtig sein Ja Wow Ich trinke Der ist so ähnlich wie König Bom Bom, wie die Galaxie ist Zeig ich euch noch, wie die Galaxie verläuft Weil die Galaxie hat was besonderes, was keine andere Galaxie hat Nein Arrrrrrk Power hier, Pokémon Level Pokémon Level 6, 7, 8, keine Ahnung Aber wenn du kannst du? Du 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 jetzt ist es aber peinlich wird noch sehr naja ich mag die welt so halb nicht komplett mache ich sie aber ich hasse die jetzt auch nicht wie kamera ist weiß man nicht wo die ist ja hier bis langsamer kürbisch ist das ist einer der aber ich bin zu gut alter marien bringt mich jetzt nicht um hier kann bestimmt alle pausch werden mit der kraft schaffen aber du ich bin nicht so einer den schafft diesen stern ja so nah am pauschern war es noch nie nein schatz aber power stern nummer 84 93 das war der zweite stern aber denn ihr habt ihr seht richtig der wasserspiegel der hat sich geändert der wasserpiegel ist richtig warum hat er sich geändert das sage ich über am nächsten jetzt kann ich euch nicht sagen ich auch nicht weiß wie ich sagen gar nicht ist doch kein schlechter scherz weiß wirklich was ich sagen soll der wasserspiegel ändert sich immer je nachdem wie hoch man springt man ganz hoch wie ich in der ersten mission ganz der wasserpiegel maximum dort aber wenn ich ganz niedrig springt ist gibt es gar kein wasserpiegel oder er ist sehr niedrig man kann es aber auch im level ändern den wasserpiegel mit diesen kristallen ich glaube der wasserpiegel ist in ordnung ich glaube der wasserpiegel kann man arbeiten ja kann man man kann aber eigentlich muss man so die ferne fahren euch hinten hin aber ihr könnt auch skidda machen und drunter fallen ja so skidda und dann wieder nutzt ja so skidda und dann wieder los Aber 84. Stern! Hm. Dritter Stern. Das ist grad gar nicht mal. Doch! Jetzt hab ich's gesehen. Ich weiß jetzt was es ist. Den Wasserpegel soll man ja eh nicht ändern. Man soll die ganz niedrigste Wasserpegel nehmen als den hier. Das ist der niedrigste Wasserpegel. Den es gibt's. Also. So gut wie kein Wasserpegel. Gibt's. Nicht, das müsste... Das ist eine. Ja, müsste. Ja, die fünf magischen Zahlen machen wir jetzt. Aha. Zahlen machen klug. Zweite. Magische Zahl weiter Block. Gibt's. Zeles. Tü, du, 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 du. Tü, du, 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 du. Dritter. Guck mal noch. gebe ich hier weiter für den super mario galaxy gehen aber nicht in super mario für uns ist oder doch geht es pro like ich habe hier noch nie gemacht ich habe gefühlt dafür sind die auch gar nicht da hier kommt jetzt nicht mehr jetzt weiß ich nicht wie ab hier muss man egal es geht um diese dinge muss sich nämlich schleudern lassen das funktioniert meistens nicht gut ist dafür bekommt man schaden das geht natürlich zu verändern ja ist mal gut hier das müsste nicht zahlen oder ich weiß nicht mehr was jetzt eine zahl war eine magische zahl was war es denn noch ich weiß wieder wo nicht hier eine magische zahl war hier die vier und wo war die fünf die fünfte und letzte magische zahl hier ist ja Jo, ne? Yes! Du musst machen. Yes! Das erste Mal! Das ich es geschafft habe, hier rauf zu kommen. Yes, Birsch! Welche Sterne gibt es denn da? Nein, nein, nein. Jetzt der unterste Wasserpegel. Bitte. Oh, nicht das unterste. Knapp wahrscheinlich. Egal. Das unterste Mal muss die Kiste back haben. Zum Ersten. Kiste back. Dann. Wie? Da drauf schleudern. Ach man, lass mich doch mal. Go. Ja, ist klar. Ey, wenn sie weiter geht, gehe ich hier noch Game Over. Ey. Wenn sie weiter geht, sterbe ich hier noch. Game Over wahrscheinlich ja nicht. Diese müsste nur hier sein. Aber sind sehr viel wert. Hier schaffe ich es ja noch. Es war ganz knapp. Schaffe ich es. Hier rauf zu kommen. Der muss uns leider zählen. Der Dulli. Ich heiße es, wenn man sich selbst schauen muss. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist aber so häufig so. Nochmal. Runter bringen. Schnell rausspringen. Das ist nämlich ein Fahrstuhl. Und dann ein Stern im Schnell. Bäm. Sechsen aufgestanden. Welche gibt es denn noch? Ich habe auf jeden Fall noch einen. Die Schraube. Drei, ne? Vier. Vier. Gut. Letzter Stern. Boah, stimmt. Reicht es? Müsste, oder? Ich hoffe. Ja, müsste reichen. Nämlich hier. Kann man? Ja. Hier rauf. Das heißt, glaube ich. Aquarium. Atlantia. Glaube ich heißt es. Tü, 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 tü. Tü. Hier runter. Ja, wie kommt man jetzt hier? Dort hoch. Und jetzt sind sie da. Und jetzt sind sie da. Wasserlau. War müsste es sein? Hier gibt es irgendwo ein Schalter. Hier gibt es irgendwo ein Schalter. Den brauche ich jetzt. Ihr seht schon, hier sind es allerart roten Münzen. Man, ey, den finde ich doch nie. Hier. Wasserpegel muss ganz sinken. Ich glaube, man kann ihn nie wieder anheben. Und hier findet sie bis jetzt Aquarium-Atlantia. Schöne Idee. Ich habe nicht mein Liebling. Geht jetzt? Weiß nicht. Tee. Weiß ich nicht. Okay. Hier müsste es durchgehen. Ja. Hier auch. Nein. Hallo weg. Nein. Der falsche Ort. Ja. Ah, Meno. Ich weiß nicht, wo das war. Spang away. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo es war. Ja. Wir sind genau da. Das ist natürlich auf der anderen Seite. Okay, schon. Das ist der Wasserpegel. Ja, ist klar. Mann, wo bist du denn jetzt? Du abgefuckte Seite. Lass mich doch da drauf, Mann. Oh, lele. Oh, lele. Hier. Ich bin gar nicht so schwer eigentlich. Sagt der, der dort oben hochgekraxelt ist. Und nicht mal den Weg wusste. Sagt der. Ja, hier. Kommt man durch. Was? Es wird ein länger Part. Wenn nicht. Ich probiere es mal so. Mario. Danke. So funktioniert's. Damn. Wir machen auch den Stern. Dann zu kurz. Und das sind Wasserpegel. Los geht's. Acht rote Münzen. Hundert gelbe Münzen. Let it go. Let it go. Let it go. Jetzt geht es um alle Zulernix. Leider habe ich hier niemanden zu sprechen. Na schön. Ach komm. Gib her. Danke. Die Coins sind sehr wichtig. Musik hier machen. Das komme ich nicht an die Cointran hier. Ich brauche. Boah, gleich 50? Ich glaube, hier gab es sogar sehr viel. Man kann fast so viele bekommen, wie es ist. Ohne Atlantia. Atlantia Aquarium. Wie gesagt, müsste es so heißen. Vielleicht auch andersrum, du Miststück. mal her. Aber da. Ohne Quintan. Ich bin zu. Aber komm jetzt her. Und ich bin zu. 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 Ja. Alter, wo gibt es Coins? Oh Gott, wo gibt es noch Coins? Jetzt kannst du mir den gleichen Theater machen. Noven, Türo. Ich überleg mir noch, was ich mit dir mache. Nee, das ist nicht dein Ernst. Tust du nur so, oder bist du so blöd? Ich muss da drauf, danke. Echt mal gescheckt hier. Nein, ich will nicht. Was? Du musst ganz vorsichtig sein. Nichts bieten lassen hier. Schnell, Coins. Yes. Sind weg von der Alten. Ich bin jetzt vorsichtiger hier. Müsst du hier noch Coins geben? Sehr viel ist mit Coins geschmückt. Hau ab. Hau ab. Gleich gibt es keine Coins mehr für mich zu sammeln. Aber jetzt erstmal noch. Boah, dann habe ich sogar noch eine gute Grenze. Nein, jetzt war es die Pinguerechen nicht so hoch ansteigen. Ich habe Nein gesagt. Na gut. Dann mach doch halt. Döp, 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 döp. Boah, dann hat es die Kohle dort oben. Trap. Scham. Drecks Wasserspiegel. Und schaffe ich es noch? Nein. Oh, mein Haar. Ich denke, ich schaffe es nicht. Du dreckst Wasserspiegel. Mario, warum berührst du doch den Wasserspiegel? Du weißt doch, was denn passiert. Und logischerweise, ich brauche, glaube ich, noch den Wasserspiegel. Okay. Yes. Gut angekommen. Komm, nein, du. Nein, 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 nein. Alter, Alter. Oh, komm jetzt her. So peiche ich dich aus. Jetzt kannst du. Nein. Nein. Nein, ich will nicht. Oh. Nein, ich will nicht. Niemand tot. Mit Direktzeit. Hier sind noch Coins. Die wollte ich noch haben. Gut. Nun sind sie startbereit. Wasser ansteigen lassen. Sehr häufig mit das obere starten. Ich würde wirklich empfehlen. Könnt ihr immer mal wieder ändern. Kommt man? Eigentlich nicht, wie ich noch weiß. Nee, kommt man nicht. Sehe ich dort schon von weitem. Probier es trotzdem noch. Jetzt kommt man noch so ran. Jetzt muss doch noch irgendwie gehen. Gibt die Hoffnung nicht auch. Die Einzelne hat die Hoffnung aufgehend. Aber kann ich dort stehen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Hallo. Eigentlich nicht. Kann man dort stehen. Ich würde sagen, nee, kann man nicht. Man kommt dort nicht. Stimmt. Die Kanone. Ups. Habe ich jetzt komplett vergessen, die Kanone hier zu öffnen. Die brauche ich eh, um nach Atlantia zu kommen. Aber jetzt geht's nicht. Bin im Wasserspiegel. Erste Mittrik. Naja, egal. Komm jetzt her. Ja, du Bengel. Wie kommt man da dran? Hä? Bitte, äh? Da kommt doch niemand dran. Nicht mal Luigi. Na gut, Luigi schon. Ah, und das war fast. Ey, hätte ich bloß keinen Hechtsprung ausgeführt. Warum was? Ah, Mann, du Leleck. Lande eigentlich drauf. Ja, 50 Minuten Part confirmed. Alter, Mario. Du, go. Hol jetzt dir den Scheißbomb um. Ey, Mario, machst du das mit absichtlich oder tust du nur so? Ja. Moin. Willst du mich verarschen? Gibt's hier noch einen anderen Weg? Eigentlich nicht. Das ist ein Donner-Ding. Hä, was? What? Aber die schwebt ja. Mario, du dummer Trottel. Halt dich doch dort fest. 100 Minuten Part. Bist raus. Ich nutze schon alle Techniken, die ich hier habe. Aber nö. Der hat einfach keinen Bock drauf. Er sagt sich nö. Ich zeig euch den Stinkefinger. Dann mach ich ihm den Wasserpegel niedriger, wenn du es haben willst. Drecksau. Dann kommt man doch aber auch nicht weiter. Oder? Eigentlich nicht. Nö. Dann kommt man doch nicht weiter. Hä? Dann kommt man nicht weiter. Wie soll man es denn schaffen? Hä? Erklärt mir das bitte mal. Auch meine Oma. Da braucht doch nicht maximale Wasserpegel. Sonst funktioniert es doch niemand. Ja. Toll. Ich hab den Wasserpegel nicht. Super Nintendo. Ihr habt ja voll dran gedacht. Kappa. Nö. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, ich komm dort nicht ran? Ich komm dort nicht ran. Mann. Ah. Wieso? Ich soll mir da dran kommen, bitte? Was geht doch nun mit maximal? Was hat Pegel, Mann? Was hat Pegel, Mann? Ich hasse die Welt. Gut. Wirklich. Ich hasse die bereits. Wirklich. Ich hasse die bereits. 100. Geldmünzen. Man hat ja egal sein. Aber nö. Man bekommt hier nicht mal ein Geld. Ich mein hier gibt's Geld. Nö. Hier gibt's nirgendwo Geld. Oh, ein One-Up. Aber ich brauch Geld. Hallo. Gib mir jetzt endlich Geld. Egal. Es müssen doch nur neun Coins sein, ey. Nö. Ah. Das Spiel mag mich nicht. Gib mir doch nur noch acht Münzen. Nur noch acht. Habt ihr jetzt ja kein Herz mehr. Nur noch acht Münzen. Komm. Ich muss schon wie in Hartz IV um Geld bitten. Oder wie ein Straßenpenner. Nichts Kindi, ja. Alter. Ich hasse Atlantia, Aquaria oder wie The Ties. Ganz einfach in dieser Szene. Das war zu klein, dass das passiert. Nee. Geh nicht. Boah. Jetzt muss ich noch die letzten Münzlis rausquetschen. Wirklich wie ein Hartz IV. Oh Mann. So ein Ziel. Ich bin aber nicht. Noch weiter. Noch weiter. Jetzt. Aber das kommt noch ganz von. Die sonst haben Pum-Pum nicht. Oh. 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 Ich bin noch eins. Hier Sie noch eins. Hier sie noch eins. Hier sie noch eins. Hier une sust not básicamente. Letzte zweifel. O Studioian. O Studioian! O Studioian. O Studioian. O Studioian. O Studioian. Sophieian. Fing. O Studioian. vehicles. jaja da freut Mario sich was ich überziehe den Part mal für euch das kann mir jetzt egal sein hier das gleiche Part Ende jetzt noch die ich denke nicht maximal spiegeln nö das doch nicht ich mag Aquaria Atlantik oder wieder Thais ich mag es seit neuesten nicht mehr seit heute hast du den falschen hast du nicht den maximal war bestimmt nicht maximal spiegel war zu niedrig ich habe auch gar nicht nur schon mehr vorher spreche ich das jetzt mal noch ab na jetzt muss ich mal was du go Mario willst du mich verarschen du sollst doch den Mario hör doch mal auf ich hoffe du krepierst langsam nein Spaß aber komm jetzt aber ist das ein Maximalspiel? glaub schon ja ist ist bisschen höher hm wenigstens dass sie jetzt hier denn dort ist bisschen gut jetzt zum Maximalspiegel weiter 40 Minuten Part Confirmed wahrscheinlich 50 oder 40 Minuten 50 oder 40 Minuten bis jetzt gehen noch Mario aufdraht so hängen zu bleiben du hesslern du hast das jetzt mit Beleidigungen um mich werf hier muss sein ja da ist man eingestellt ist ja auch real jetzt geschafft schon mal der Wasserspiegel ist weg und dass er weg ist bin ich froh na das ist auch die letzte Wasserwelt wie ich noch weiß dann heißt es schau Wasserwelten ich bin einigermaßen zufrieden leider bin ich mal Dire Dire Dogs im gesamten LP nicht mehr gut dort ist der Stern spawnen also red coin ich weiß manche mögen das ich finde die Idee ganz cool aber naja weil ich mich finden soll für immer ich denke hier kommt man so rauf ne ist das dein scheiß Ernst das bringt er jetzt ein das kann ich jetzt nicht sagen das bringt er ein nö keine Ahnung das gibt es nur auf diesem Kanal dann nur auf diesem Kanal gibt es das das ist so eine red coin das ist so eine red coin wie ich gesehen habe da war noch eine red coin Mal gucken erst mal. Mario! Alter! Mach einen Seitwärtssprung, du Häslon! Nein. Alter, drehe nicht die Kamera so hässlich, Lakitu. Ich bezahle dich nicht, dass du dich hässlich drehst. Ich bezahle dich, weil du gut drehen sollst. Sieht man es hier? Eigentlich ja. Sieht man es? Nö, hat er nicht. Aber das Ohm ist was sein. Nö, na klar. Och, nee. Ich glaube, dort komme ich nicht rauf, ne? Hat sein? Ja. Was? Ich habe mich besiegt? Nice kill, würde ich sagen. Warnsprung, Mario. Ey, setz deinen Warnsprung ein, wie man es in der Schule lernt. Nächste. Sie lernt man in der Schule, erste Klasse. Deswiaz. Hier. mario andere kameran danke ja der part ist in überlänge doppelt so lang ja wo gibt es denn noch die rote münzen dort oben hoffentlich richtig nicht mit der annahme ja die klinik gut gleich geschafft mit dem maximum part ich zeig euch ich zeig euch, ich zeig euch für die Pots OMG ah komm Ey, ich hasse die Stamm. Mario, du hast es doch im Prinzip schon gesch- Was willst du? Ihr merkt, das bin ich mal wieder. Denkt jeder, was habe ich dort bloß für einen Lappen abonniert? Danke. Das war's mit Super Mario 64. Bis in die Folge und ciao. Das war's mit Super Mario 64. Das war's mit Super Mario 64. Das war's mit Super Mario 64.